Dies ist eine wichtige Mitteilung an die Gemeinde Geinberg und insbesondere an die Landjugend Geinberg. Die Gemeinde Geinberg ist gestern von einem sehr bösartigen Ungeheuer heimgesucht worden. Wir konnten das Tier kurz beobachten. Es handelt sich hierbei um die böse Maibaumsau. Sie hat euch die ganze Nacht beobachtet, wie ihr auf euren Maibaum geachtet habt. Und als ihr alle müde geworden seid, hat sie sich während des Berufsverkehrs und unter Sonnenschein euren Maibaum um 8 Uhr früh geholt. Wenn ihr es zurückbringen, verlangt die böse Maibaumsau ein falschen Bier und drei Rausen für die Elite-Truppe. Um die Verhandlungen aufzunehmen, kontaktiert bitte folgende Nummer.